das hier beim spiel das telefon klingelt das ist gut hier ist das mit dem telefon das switch spulen das ist jetzt schon am Mittag dass das klingelt das klingelt von hause tagsüber das klingelt von hause tagsüber war das auf der Wiese oder was? ja ich bin hier um 6 oder 7 bin ich hier gesessen und das telefon klingelt es ist nachts jetzt klingelt das telefon sowieso genau ich denke das klingelt tagsüber was natürlich dann cool ist weil dann weiß man ok hier ist was am Start nicht dass es nur nachts klingen würde